so meine lieben freunde und damit begrüße ich euch mal wieder zu einem kleinen röntgen simcity hier und ich bin immer noch alleine Janis hat leider keine Zeit und zwar als nicht wundern ich ist hier und ein bisschen nebenher denn es ist kein Ostern ich habe ein paar Süßes bekommen ja und es ist schon knapp 9 Uhr so ich möchte es nicht Moorharz spielen sondern das da ich möchte gerne ich hatte jetzt die Frage zum letzten ganz neues anfangen vielleicht nicht so hier ganz viel mehr da unten gibt es Kühlwaren nichts drauf das sieht ja eigentlich richten mit Probe was ist ein weiß weiß ich Schiene er weiß ich Schiene was mache ich da habe ich noch eine Schienenanbindung da glaube ich nicht wir haben doch da schon eins und gehen wir jetzt nicht einfach mal da rein so auch nicht erschrecken wenn ich jetzt mal niesen muss oder hier ein bisschen schnupfen habe denn die ähm Heuschnupfensaison beginnt jetzt bei mir wieder ich hoffe ich überstehe es einigermaßen so hier ist noch nichts gebaut gell ich will nichts wissen ja danke so erst mal so ausrichten bitte so ich muss jetzt mal gucken wie geht denn der Wind ach ne halt äh Wind der zieht so rüber so oh Mh 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 gefallen tut mir das ja gar nicht also kann ich da nicht a 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 b a a a a a a a a a nun geht keine straßenverbindung ich schade und die Schiene dahinten die Schiene ich gebe da ein um und zwar würde ich sagen wegen mir hier mal ganz klein und zwar mit mit diesen Straßen hier mal gucken Verbindung zur Autobahn so wie groß die das brauchen nicht groß kann ich das auch wieder kurz weg machen zwischen Geld verschwendet das ziehe ich jetzt mal bis da und da auch jetzt mache ich mal hier und da und da und da da mache ich ein wenig Gewerbe so und da hinten ein bisschen Industrie so so Energie wird benötigt dann mache ich mal kurz noch hier die Straßendings weiter so da stelle ich dann den Windpark auf äh da geht ach Gott verbraucht er zu viel Platz ah man schon wieder Geld raus geschmissen müssen wir ein wenig umbauen so so weil dann kann ich da auch gleich ich weil wir sind voll mit Wasser sehr gut oh Achtung niesen ich hasse es mein Gott so Wasser und der Abfluss natürlich den Bugger dann mal dahin so wir machen Plus das freut mich da kommt ein Schiff und dann gucke ich einfach mal was es hier noch so gibt Kohle okay hier gibt es da ein klein wenig Gott Erz okay Erz gibt es hier gar nicht ein wenig warum direkt da wir können es direkt da Öl geben warum schmerz h h h h h zum Bauern schimpft die schlecht gelandt mann okay ich verstehe n Luftverschmutzung Oh, der produziert aber schon viel Das freut mich nicht Müll, haben sie noch kein Feuerwehr Das brauchen sie doch alles nicht Was hab ich denn da als an? Ist da weg Hier Info Hm, okay Strom haben noch einen Überfluss, oder? Ja, H4, passt Wunderbar Was ist das? Oh, ich geniese wirklich das Leben hier in Badingen Hier ist es Das hier ist eine Lebendige Ja, mach ich Halt die Klappe Nee, Spaß Was packe ich denn hier hin? Mhm Die große Frage Zu große, nee, zu bestehenden Kreuzungen Willst du mich falsch? Komm Dann bauen wir uns halt nur ein bisschen aus So Bums Falara Weil dann erschließen wir Dann erschließen wir Hier gleich Wieder Ein Warte mal So Ach, weiter geht's gar nicht Äh Äh, okay, gut, egal So So, was könnten wir denn noch Was ist das? Arbeitslosigkeit Ich seh grad das Gewerbe ist gefragt Mh 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 Machen wir hier noch einen rein So Einmal mit Gewerbe Bitte, danke So Was hat denn der da stehen? Weg Schulen 210 Können wir schon eine Grundschule machen 210 Können wir schon eine Grundschule machen Die platzieren wir mal Hier So, und davon Da eines Die können alle Zufuß dahin laufen Keine Ahnung Was ist denn das? Ähm Och nö, ihr braucht jetzt noch keine Fähre Das sind jetzt so kleine Feldwegler Ach Hier ist Bushaltestelle Schauen wir mal ein bisschen hier zu Würde ich mal sagen Was die Leute denn hier so treiben Da gehen sie ein und aus Da spielen die Kinder Ja, wow So, wer bist denn du? Albin! Nein! Baumeister Folge Jawohl, jetzt kann ich dem folgen Cool, da kann ich sogar Kann ich sogar sehen Wo der wohnt Wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Was ist das? Zum Fuhren Also Auf Deutsch gesagt KFC Ja, auf gut Deutsch gesagt So, ich mach mal hier wieder schneller So, ich mach mal hier wieder schneller Was haben die denn? Grün ist Bedarf an den zweitringigen Ähm Okay Was ist denn da jetzt? Was ist denn da jetzt? Mach ich die auch mal? Wo ich noch Parks Warte Ähm 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 Öffentlicher Tennisplatz Basketballplatz Volleyballfeld Ich würd mal sagen Ähm Ähm Hier ist so, oder? Weil damit steigt ja auch der, ähm Grundstückspreis Hier Das heißt, wir müssten gleich mal Jawohl Hier Zweier Zweier Lol, ist denn das alles schon? Ne, das ist eins Dichte eins Dichte eins Dichte eins Dichte eins Ah, guck mal Hier ist schon ein größeres Haus Hier sitzen wir jetzt immer mal ein bisschen drauf Die Grundschule hat noch nichts unterrichtet Oh Schön Endlich dein Lol Ja Ja, da ruft mich einfach mal kurz jemand an Auch in Ordnung Oh, ich hab mich nicht auf beschäftigt gestellt Oh mein Gott Was? Okay, ich muss mal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen Bis gleich Ja, da rufe ich Ja, da rufe ich Ich Ja, da rufe ich Ja, da rufe ich